Wenn ich die Royer gar nicht mehr stehe, wenn das Ersatz sein sollte. Ach, die haben sich komplett abgezogen? Ich trau dem Frieden aber nicht. Ich trau ihm absolut nicht. What the fuck? Da hinten ist also die Artillerie-Position. Ihr müsst das Territorium einnehmen. Wir funktionieren! Keine Börder! Warum schießen die auf uns? Mensch, schlau doch einfach! Ich gebe euch nicht umsonsten Befehle! Wir brauchen eine Reparatur! Alter! Aim-Bot? Aim-Bot! Aber sowas von! Sooo was von! Ich wünschte, ich könnte euch entlassen. Was? Flammen! Stoßt um hier! Verbeckung! Wir sind weit und wir greifen an! Wir sind jetzt im Hof! 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 Wir sind immer schon wieder tot! Das glaub ich euch diesmal nicht! Das ist ein Rundbuch. Wir geben uns jetzt vom Füßen auf die Felskampagne. Hier ist die Rundfunk der Rundfunkregen. Ziel verlesen. MG hat sich auf uns angekommen. Das ist jetzt ein Rundfunkregen. So ist es jetzt ein Rundfunkregen. Das ist 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 jetzt ein Rundfunkregen. Wir sind ein Rundfunkregen. Wir sind ein Rundfunkregen. Ich will das nicht zweimal sagen müssen. Wir rücken jetzt zu zweit vor. Komm ja los nein! Wir sind der Verkba mendelt. Wir sind der Weg für die Regen. Wir liegen jetzt. Ich muss den Drunkregen nicht ziehen. Sie sind S Frederick Arhat. Ich bin doch mit der Regen auf Communisse. Ich bin so eine Regenzeilung. Mich will es nicht raga. GAN Gmbad vondocht. Dann versuch ich... ...verfen. Ich bin in den pesch Meits момент. Ich bin in den Pflung. Dann versuch er früh starredरieren! Erfen her lange hier. Wie lächerlich. Wie lächerlich. Ja, dreh dich um. Dreh dich ruhig um, du Scheißhaufen. Mensch. Etwas hirnrissigeres habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin so bescheuert und drehe mich um auf dem Schlachtfeld. Auf dem Schlachtfeld umdrehen. Dem Bekannt den Rücken zeigen. Zeugt von enorm großer Intelligenz. Nicht mal im Ansatz. Das zeugt höchstens von völliger Blödheit. Völlig. Völlig. Lauf, ihr flieht doch. Geht doch. Das ist einer, der sein Sammeldinger richtig gemacht hat. Stopp. Ihr rückt vor. Und gebt dort drin so viel Morsalfeuer wie ihr könnt. Gott, wie lächerlich. Wie lächerlich. Sie brauchen unser Wasser. Bekommt bald ein schweres MG. Pff. Nicht verdient. Genosse. Unser schweres MG ist da. Wir sind 152 Einsatz. Jawohl. Toll. Bei dem Angriff habe ich Ihnen, um es mal ganz kurz zu sagen, alles verloren. Bereit. Teilt eure Kräfte eingenossen. Der Weg ist lang. Noch mehr Einheiten hier. Ach, halt die Klappe. Haltet die Stellung fürs Vaterland. Die Geduld des Sowjetkommandos ist bald am Ende. Genossen. Ja, tut mir leid. Zum Erobern einer Stadt hat Deutschland ja Ewigkeiten gebraucht. Diese Stadt nennt sich übrigens Stalingrad. Und Deutschland konnte sie dann nicht mal mehr erobern. Und die Russen waren gar nicht mal so schwer vergraben, wie die Deutschen sich hielten. Tut mir leid, so wird Oberkommando. Wie wäre es, wenn ihr eure fetten, faulen Ärsche einfach mal hier nach Posen bewegt. Und euch selbst in das MG-Feuer der Deutschen legt. Wie wäre das? Hä? Jämmerlich. Überheblich. russische Kommandanten. Jedenfalls die meisten. So, gebt mir einen Aufklärungsflug. Ihr hält zwei Aufklärungsansätze unterwegs. Meine Tasse in Tee wäre schief. Frische Rekruten sind eingetroffen. Los, Katsch. Keine Schüttzerrück, Genossen. Sturmowik im Angriffsflug. Sturmowik im Angriffsbefehl erheiltet. Mörsertruppe, hier genossen. Lass schießen, worauf du willst. Panzerbesatzung. Abeslein. Mörser unterwegs. Noch ein Vollpressor. Da da drin ja eindeutig nichts ist, bewege ich mich mal da rein. Das Ding hier könnte ich ganz gut nutzen, um dann die ganze Infanterie loszuwerden. Pionier. Pioniere Eintracht bereit. Trümmerlich darum, dass dieses Fahrzeug auch seinen Zweck erfüllt, bevor es stirbt. So. Das ist jetzt zwei. Bisschen Nerven. Das ist jetzt einfach so. Jop, das hilft. Jo, ins Gebäude fliehen? Vergesst es, das kracht ihr ja auf euch drauf. So. Was war das jetzt? Ihr fahrt jetzt mal kurz da raus. Und ich dachte, ich hätte das Ding endlich erwischt. Der Feind hat sich. Das ist eine Unterstützung durch Stormo-Wing verfügbar. Was war das? Genossen? Seid zu dir, Genossen. LKWD-Offiziere abgerückt. Feuer. Feuer. Wir werden raus! Sofort aufzureichen! Ja, hier sind 252 unterwegs. Und dann mit dem Fahrtgewerfen. Ja, jetzt zieht das Fahrzeug in die Luft. Gott, was machst du denn? Du hast gerade eben so einen prima Schusswinkel gehabt. Aber nein, du bist jetzt ja in diesem 152. Du kannst nicht schießen. Nein. Du kannst. Nichts. Hier spricht Generalmajor Matern. Wir ergeben uns. Wir haben verbreitet. Ach. Ach, ja, was für ein Netto. Ich bin der Sowjetische Kommando. Ich möchte, dass ich den Glückwunsch weitergebe. Sie waren bereit, sie aus Posen herauszuholen. Aber Sie haben bewiesen, dass es möglich war, diese Schlacht zu gewinnen. Wie solltest du dann aber etwas weiterwerfen als übrig? Wir haben die Festung. Posen geschickt uns. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Na, egal. Na, egal. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Mal kurz gucken, welche Mission das ist. Ja, beenden. Weil ich werde die Mission jetzt auch nicht starten, weil es gibt gleich Abness. Komm schon, mach Henne. Du brauchst doch normalerweise nicht so lange. Fraps ist schuld. Ganz allein Fraps ist schuld. Ah, die Halbe kommt noch. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.